Ach, was ist mit mir los? Was ist los? Oh, yes! Heute spielen wir Bingo, und zwar in Super Smash Bros. Es gibt ja jetzt einen neuen DLC mit der Piranha Plant als neuen Charakter. Und ich dachte mir, wir spielen natürlich den Charakter, aber einfach nur so den Charakter zu spielen ist ja ein bisschen fad. Und deswegen dachte ich mir, wir spielen Bingo, und hier ist erstmal meine Bingo-Karte. Also diese Sachen versuche ich halt irgendwie hinzubekommen. Mit natürlich der Piranha Plant. Wir können erstmal mit der normalen Farbe anfangen. Ihr habt es schon gesehen, ich habe ein bisschen schon gespielt. Es ist ein echt nicer Charakter. Gut, erstes Match beginnt. Leider nicht mit Piranha Plant als Gegner. Denn als... Oh, fuck. Als... Eine Challenge ist, dass ich gegen... Och, es laggt. Das kann nicht was sein. Wer laggt da wieder rum? Das ist... Extrem scheiße. Aber als eine Challenge habe ich auf jeden Fall, dass ich... Stehend ble... Ach, es laggt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich... Hör mal kurz aufzureden. Ach, Gott. Warum? Es laggt halt herum. Als eine Challenge habe ich, dass ich auf jeden Fall zehn Sekunden mal irgendwo stehen bleibe. Aber das wird nicht funktionieren, wenn es hier so laggt und ich keinen Plan habe. Eins, zwei, drei... Scheiße, er greift mich an. Oh, ich habe... Nee. Okay, ich dachte gerade, ich habe den Smash Ball, weil das so... Komisch ausgeschaut hat. Aber... Boah, ich komme ja gar nicht mit, was ich alles... Hab. Nein, ich bin gestorben. Warte, zehn, neun, acht, sieben. Shit. Was ist mit dem Decay Freeze los? Come on, lass das einfach. Ach, Gott. So, was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, geschafft. Geschafft. Das habe ich geschafft. Ach, fuck. Kannst du bitte mit deinem Feuer weggehen? So. Zack. Oh, sheesh. Ich dachte, ich hätte ihn so nice runtergegeben. Ja. Runterschießen können. Kannst du bitte aufhören mit dem Feuer. Das ist so nervig. Es lag. Das hätte ich wahrscheinlich auch aufschreiben sollen, dass als Ziel es ist, einen Lag zu bekommen. So, jetzt komm. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ah, fuck. Ich habe dich getötet. Ach, nee. Nein. Come on. Ach, shit. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Come on. Das kann jetzt nicht wahr sein. Kannst du aufhören mit deiner Abi-Attacke. Es ist lächerlich. Oh, ja. Deathmatch. Genau. Das ist gut. Das ist auch ein Punkt. Ja. Wir sind im Deathmatch. Und plus 100. Oh, warte. Ich habe es nicht beendet. Oh, jetzt lag es rum. Ich habe es beendet. Ich habe es beendet. Also habe ich jetzt... Oh, shit. Ich brauche einen Stift. Ich habe jetzt... Wie viel habe ich? Ah, nuller... Nee. Plus eins habe ich nur. Okay. Mehr Chaos als Tode. Und überhaupt, ich habe es noch gar nicht erklärt. Wir spielen fünf Runden. Und in den fünf Runden muss ich es halt hinbekommen, Bingo zu bekommen. Okay. Keine Piranha-Plant. Das wäre nämlich auch ein Punkt, ja. Jetzt lag es schon wieder. Liegt es an mir? Ich glaube nicht. Okay. Das ist unglaublich. Ich... Vielleicht liegt es an mir? Aber... Bei mir hat es immer funktioniert super. Ein paar Mal halt ein bisschen. Aber nie so brutal. Ich kann aber auch die nicht angreifen, oder? Aber jetzt spielen wir wieder mit Ike. Das ist lustig. Vor allem Ike ist auch einer meiner Mains. Aber Piranha-Plant spiele ich gerade einfach nur durch. Weil es einfach nur nice ist. Ah, das war gut für ihn. Aber das nicht. Oh, das habe ich verkackt. Da hätte ich lieber A machen sollen. Was ist los mit dir? Aber ich kann den... Ich kann den Korin. Oder hieß er Korin? Ich glaube schon. Es gibt zu viele Fire Emblems, Leute. Also... Es gibt halt einfach viel zu viele Fire Emblems. Ah, shit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Vor allem, wir haben überhaupt gar keine Regeln. Also ich weiß... Oh, nein, 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 nein. Nicht mich, nicht mich. Hast du mich? Nee, nicht. Nein, das war nice. Er dachte so, er kann jetzt halt den Abi... Oh, shit. Ich bin jetzt gestorben. Er dachte so, er kann den Abi-Ding probieren, weil ich jetzt da gerade stehe. Aber nein, dann bin ich ausgewichen und habe ihn getötet. Nice, nice, nice. Aber es lag wieder. Ich habe so das Gefühl, es liegt an mir. Aber ich habe Lana eigentlich. Boah, so kann ich nicht... Ich hätte wirklich eins machen sollen. Äh, Legs. So. Ich kann den... Ihr habt es gesehen. Ich habe den getroffen, aber irgendwie treffe ich den nicht. Helfer-Trophäe! Oh, shit. Weil eins ist ja auch, dass Waluigi rauskommt. Ja. Waluigi als Helfer, nicht als Charakter. Und... Oh, shit. So. Ah, das war nice. Gemacht von der Person. Bitte, bitte, bitte. Schnell. Nein! Es ist einfach nur... Ah, Gott, es leckt herum! Wo bin ich? Da. Oh, no, no! Ach, gestorben. Ja, ja, komm! Oh, yes! Hä, warum ist er nicht verlangsamt? Ich habe es ja nicht genommen, oder? Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Spielen die jetzt gegen... Oh, jetzt checke ich's. Oh, Gott, das ist peinlich. Ich habe die ganze Zeit nicht gecheckt, dass ich in Team spiele. gegen... gegen die zwei... gegen die zwei... deswegen habe ich mich so gewundert, warum ich ihn nicht treffen konnte. Jetzt habe ich sogar Minus. Ja, es ist lächerlich. So, neue Runde und ich spiele... Okay, jetzt merke ich mir, jetzt bin ich gegen alle. Aber wie ich das nicht merken konnte. Das ist so... What? Und jetzt habe ich überhaupt eine neue Farbe genommen. Ähm, das ist jetzt die... rosa... Farbe mit... blauem Topf. Das ist meiner Meinung nach meine Lieblings... Skin. Mein Lieblingsskin, ja. Ach, das war sehr schlecht. Und... Aber allgemein sind alle Skins von der echt nice. Hä, schon besiegt? Stimmt, man hat nur zwei Leben und es laggt wieder. Aber irgendwie sieht das lustig aus, als wäre ich ganz weiß. So... Lustig. So, komm jetzt. Ich will dich grabben. Nicht... gepackt. Ach Gott, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! So. Ja, komm, rassier... Alter, nein. Eskalade nicht. Ja. Was war das? Was war das, bitte? Oh Gott. Naja. Werden wir ein Bingo überhaupt heute noch bekommen? Oh mein Gott, wie süß. Äh, Toon Link lächelt. Das ist sehr cute. So, auf in die nächste Runde. So, neuer Skin, neues Glück. Uh, jetzt nur drei. Und mal schauen, wie es jetzt läuft. Oh, King K. Rool hasse ich des Todes. Warum? Warum muss er jetzt kämpfen? Vor allem, irgendwie fühle ich mich jetzt so mit Krieg, weil so... ...zwei riesengroße gegen so eine Pflanze. Also, die haben wohl nicht einen grünen Daumen. Oh, was war das? Nice. So, nein! Oh, come on! Ich... Kannst du deine Kanone bitte einfach nur... ...weggeben? Ja, ich hab schon... ...negen... ...need... ...äh... ...hohes... ...hohe Prozentzahlen. Aber sie auch. Und es laggt wieder. Komm, bitte! Ah, es ist nämlich eine Aufgabe mit dem besiegen. Nein! Ach, shit, jetzt bin ich gestorben. Was? Beide? Och, Gott. Ja, komm! Bitte! Bitte, bitte! Nein! Och, Gott. Komm. Ach, shit! Nein, ich wurde auch getroffen. Irgendwie stelle ich mich jetzt gerade ein bisschen löchelig an. Ach, Gott. Nope. Aber ich bin erstaunt, dass ich noch keine Piranha Plant gefunden habe, weil... eigentlich ist das jetzt eine bekanntere, äh... beliebte Charakter-Wahl... weil die ja natürlich noll ist... äh... noll ist... neu ist... und jeder will sie halt ein bisschen austesten. Ach, was ist mit mir los? Ach, was ist mit mir los? Was ist los? Oh, yes! Ich hab Bingo! Nein, ich hab nicht Bingo, aber ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt... von Bingo. Komm, bitte, bitte. Ich sterbe aber eh gleich. Ich hab so viel... Ach so, wir haben... Ich hab noch zwei... Hä, der hat nur noch ein Leben? Okay. Interessant. Ah, shit, den hab ich... Ich bin gestorben. Oh, fuck, fuck, fuck. Komm. Ich will King K. Rool besiegen. Aber er kriegt mich. Er ist extrem gut. Also, Props an den King K. Rool. Extrem... Oh, shit. Okay, jetzt werde ich zammengenommen. Jetzt. Oh. Es laggt halt wieder. Das ist... extrem nervig. Ach, Gott. Scheiße. Ach, Gott. Komm. Nein. Nein, erwisch es nicht. Komm, bitte. Ich will das... Nein. Okay, jetzt ist es anscheinend weg. Oh, fuck. Ich rette mich noch. Irgendwie. Nein. So knapp. Er hatte auch... wie... Achso, er hat zwei Leben gehabt. Wow, okay. Aber wir haben auf jeden Fall jemanden getötet mit der B-Attacke. Das ist extrem nice. Okay. Ich habe nur noch eine Chance zu gewinnen. Also, gewinne fünf Matches, habe ich überhaupt keine Chance mehr. Ähm. Ich habe nur noch die letzte Chance. Plus fünf... Gut, dann schauen wir mal, wie die letzte Runde wird. Okay, wir sind im Team. Das muss ich mir merken. Okay, plus fünf war... Kann das dann schwer sein? Oh, das war nice. Das war nice. Oh, Link ist kagge. Weil er da und ab B macht und dann... Komm mal. Hm, das mache ich. So. Komm. Und... Nein. Krieg irgendwelche Kills bitte hin. Achso, man kann hier nicht runter. Was mache ich bitte? Was mache ich bitte für eine Scheiße? Ich eh... Okay, irgendwie... Irgendwie... Irgendwie extrem... Extrem kacke. Bitte stirb nicht. Es wird aber sehr schwer sein. Oh, das war nice. Runter! Nein! Come on, Link. Kannst bitte ab B... Einfach... vorbei. Ah, jetzt lagts wieder. Ich hab sogar das Gefühl, es liegt an mir. Aber beim... Beim Fernseher hat es super funktioniert. Aber natürlich jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich aufnehme und so. Kann ich bitte aus... Wieso? Oh, shit. Ich hab... Vergessen, wo ich bin. Aber da bin ich. Was ist los, Link? Kannst du bitte aufhören zu leben? Okay. Es ist extrem schlecht, diese Runde. Was ist los? Okay, Bingo. Kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Schnell, iss was. Jetzt haben wir beide einfach Plus bekommen. Ach, Gott. Das darf nicht wahr sein. Ich darf nicht noch einmal sterben. Bitte. Komm, Piranha Plant. Dein Erzfeind Mario. Das kriegst du hin. Scheiße, noch ein... Jetzt bin ich einmal unnötig gestorben. Das wäre aber sicher eh nicht knapp gewesen. Ach, ja. Kein Bingo. Oh, wir haben... Oh, wir haben gewonnen. Also haben wir zwei Matches gewonnen. Aber ja, ja, das bringt uns halt nichts. Plus, ja, nur plus eins. Ach, Gott. Gut, Leute, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von der Piranha Plant bekommen. Und Bingo haben wir halt leider nicht bekommen. Aber wir haben dafür eins, zwei, drei, vier, fünf Challenges gemeistert. Und darüber bin ich sehr stolz. Vor allem mit den ganzen Lags. Also ich glaube, ich muss dann LAN-Kabel kaufen, damit ich die Switch dann anstecke. Aber wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr drückt einen Daumen nach oben, schaut ein paar andere Videos. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.